Megaman 1 Folge 2 Nachdem ich mich bei Bombman glorreich angestellt habe und ungefähr 70.000 mal an derselben Stelle verreckt bin geht's jetzt weiter mit Gutsman Ich hoffe, dass ich da eine bisschen bessere Leistung abrufen kann 90.000 gibt es dafür Was ist das? Hey! Überraschung Hilfe! Was ist hier passiert? Bin grad ein bisschen überzeugt Überzeugt Ja Ihr regt mich auf Das klappt mal gut Moment Was war das? Das müssen doch die Bomben sein, oder? Aha Okay, wie ich sehe, haben die Energie Und mir wurde gesagt, dass diese blauen Teile, die ich da finde, dazu da sind, das wieder aufzufüllen Oh Ah Na Nein Die Energie hätte ich jetzt mitgenommen Ach Gott Was zur Hölle ist das? Okay Was war das denn? Okay, jetzt gehe ich hier runter Ey, das war doch daneben Also, na, ach Gott Okay, ihr kennt das aus der ersten Folge Fast forward Zu der gleichen Stelle wieder Bis gleich So, da bin ich wieder Hab das Leben natürlich Fake, wie ich bin Komplett übersehen oder Nicht angenommen Und Bomben Davon werf ich jetzt mal ein Ja, das ist sehr intelligent Wie ich mich hier wieder anstelle So, ja, das war doch gut So Gutsman versuche ich jetzt mal Mit den Bomben zu erreichen Meine Güte Die Bomben sind wirklich eine Erleichterung Ha Gut, dass das jetzt so mehr oder weniger flüssig geht Hätte ich jetzt auch nicht gedacht Aber Das gibt uns die Gelegenheit Jetzt an dieser Stelle auch wieder einen Cut zu machen Und dann nächstes Mal ist vielleicht Cutman dran Sollte damit aufhören Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal